herzlich willkommen zu einer neuen folge von modelleisenbahn 3 mit tv ja heute gibt es eine überraschung welche das ist seht ihr gleich viel spaß beim video ja hier nachricht für die 11 es ist soweit du weißt den auftrag ja dann setz dich mal in bewegung und film bitte aus damit alles sehen was ich jetzt hier hier ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was hab ich falsch gemacht? Dann bring ich die halt wieder zurück. Ja, was hab ich falsch gemacht? Ja, was hab ich falsch gemacht? Ich hab jetzt den Südwind dran. Ist das jetzt richtig? Ja, hier Zentrale. Ich hab jetzt nur irgendwie was verstanden mit Südwind dran, aber die Verbindung ist grad schlecht. Aber nein, ist immer noch falsch. Fahr doch mal am Bahnhof Süd. Da kriegst du dann die richtige Anweisung. Da ist der Stellmeister fort. Ja, ist gut. Und ich guck, dass ich da hinkomm. Einsatzzentrale, ich hab jetzt die richtigen Waggons dran, hab den Zettel gefunden. Ich bin jetzt dann auf Abfahrt. Ja, ich hab die Einsatzzentrale. Ich hab verstanden. Wunderbar. Das Filmteam steht bereit. Dann fahren wir in Position, damit gefilmt werden kann. Ja, verstanden. Bin auf dem Weg. Das Filmteam steht bereit. Das Filmteam steht bereit. Das Filmteam steht bereit. Das Filmteam steht bereit. ja jetzt sind wir am ende und ich kann wirklich nur sagen dankeschön für über 1500 abonnenten es hat mich wieder von den socken gehauen dass ich wirklich in diesen bereich reinkomme und dass meine videos euch so gefallen ja das gibt natürlich ansporn daran zu bleiben und weitere videos zu produzieren für euch ja dankeschön auch an die vielen youtuber mit denen ich persönlich kontakt habe es immer wieder schön whatsapp zu schreiben e mail zu schreiben oder auch mit dem ein oder anderen zu telefonieren ja wenn die zeit es zulässt natürlich und ja vielleicht kommen wieder neue besuchstermine zustande und es gibt wieder ein video warten wir es mal ab ich lasse mich dabei überraschen das jahr ist ja noch jung ja ich freue mich immer wenn ihr videos postet denn die schaue ich auch immer und ich hoffe meine videos geben euch auch ein bisschen inspiration und freude ohne diesen sind verbleibe ich viele grüße euer markus und tschüss